Servus, der Marc von Pärsische Wieschen, bei mir ist die liebe Kjana. Willkommen Kjana, 16 Jahre jung, vor ein paar Tagen Geburtstag gehabt, hattest du gerade dich bei dir, ist deine liebe Freundin, darf dir aber hallo. So, Kjana, wir machen ein Kornschweißing auf der linken Seite und du willst später einen Ring haben. Ja, Gott, leg dich mal drauf. Gibt es etwa einen Weishammer schon ausgesucht, dann desinfizieren wir mal, zahlen es mal an und starten mit dem ganzen Prozess. Die Haare empfehle ich dir die nächsten Tage, wenn du kannst, auch mal zusammen zu finden, sei es Sutt, Banane, Zopf, irgendwie. Aber jedes Haar, was dich da nicht so rumschrubbt, ist immer ganz gut. Ja, ganz clever. Oder du machst den Bauchsspalten, dass sie dann offen sind, aber deshalb da ein bisschen aufgeräumt sind am Ohr. Das hilft einfach zu reduzieren, dass man hängen bleibt und so weiter. Bei lockigen Haaren sind noch gefährlicher, da bleiben die auch immer hängen. Aber klar, wenn man es weiß, kann man es ja so einrichten. Für mich hast du hier unten eine sehr schöne Stelle, wo man auch wieder so ein paar sichtliche eigentliche Helixfelder von dir ist recht überlappend, recht breit. Ich würde deswegen unten in einem Knick bleiben. Ich zeige es dir mal. Ich finde, dafür ist es für dich optisch eigentlich am schönsten. Einmal gucken. Ja. Was denkst du? Finde ich gut. Ja, und der Ring wird dann quasi, wenn man hier stechen, legt dann der quasi so schräg hier nach unten. Also denke ich sehr schön. Ja, gut. Passt? Passt. Machen wir. Gut. Alles klar. Bist du nervös? Ein bisschen. Das ist normal. Die Nervosität kommt dazu. Ja. So, lehn dich bitte nach hinten. Das war's schon. Super. Und wie war's? Voll in Ordnung. Das höre ich gern. Und du hast gar kein Wissen? Nein. Ja. Das kommt noch. Das kommt noch. Das riecht gern. Ja. Spricht dir nichts dagegen. Aber jetzt auch die Eltern überzeugen, oder? Nein, nein. Darfst du? Ja, schon. Ja. Aber dann hoffentlich sehen wir uns bald. Ja. Kannst ja woanders hingehen, aber ich konnte nicht zu uns kommen. Nein, ich glaub, das ist perfekt. Ja. Ich hab meine Kunde gehabt, der war das zu sauber hier. Das habe ich mir ehrlich kennst. Das ist Jahre her, aber nie vergessen. Die Freundin war voll begeistert von uns, sagt, ja, das ist alles so sauber, und dann rieh ich so mit der und sag so, ja, und irgendwie, sie hat auch ein bisschen es gehabt. Sie so, ja, kommst du jetzt auch mal zu uns kommen? Irgendwie so, reden wir so. Und sie so, nee. Sag ich so, hey, warum? Was ist los? Ja, das ist ja viel zu sauber hier und da weiß ein Hemd und so und Ding und nee. Also, ihr Bier sagt, da kann man rauchen, im Eingriffsraum und so. Denken wir an, na, super, ich rauche ja nicht, aber da stehst du so angekriegt, so. Nein, 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 nein. Das ist dumm, das auch, oder? Ja. Naja, das ist, nee, das wäre viel zu stressig, so. Und dann habe ich gedacht, so, ja, alles klar, kann man nicht. Aber so hat halt jeder Topf seinen Deckel, ne? Wo halt hingehen würde. Da dürfen auch dann Hunde mit in den Raum rein und dann bist du ja so. Keine weiteren Fragen, danke, fertig. Habe ich kurz gedacht, ich spinne. Wirklich, die letzte Woche? Okay, alles klar, die Begründung war halt echt geil. So, meine Lieber, erklär dir mal die Pflege. Okay, erster Schritt, du kriegst alles schriftlich, musst dir also nichts merken. Verbote. Hara-Fern für 6 Wochen. Ja, bitte ganz genau. Zulake, Dampfplatz, auch da schwimmen gehen, 3 Wochen nicht. Beziehungsweise 2 Wochen kannst du schwimmen gehen schon wieder. Außer du bist hier. Tauchen dürftest du mir im Meerwasser, in Salzwasserpools und im eigenen Pool oder Naturteil, wo man sagt, da ist nix. Aber so die großen Bäder, wo alle reinwiesen und sprähen, würde ich nicht. Weil es klaut, wenn das Tür nicht zugeht und trotzdem wie du partieren. Und das bitte lassen. Gut. Duschen, Sport, A, gelauschen, ab morgen, da ist ne Wanne raus. Und die haben aber gesagt, sammeln hinten. Ja. Pflege. Zuerst baut den Spray, das ist das große hier. Von dem z.B. früher vorne hinten aufs Ohr. Dann in die Küchenrolle nehmen, bitte vorne hinten feucht abwischen. Dann nehmen wir unser Gel, davon einen Tropfen auf den Finger, vorne hinten. Bewegen unser Piercing hier und her. Dann wird es auch noch nicht gerade kommt und das war's. Drei Wochen, zweimal am Tag und dann drei Wochen einmal. Das ist 6 Wochen am Stück. Und in 6 Wochen werde ich dich gern noch mal hier zu hecken und kontrollieren. Fragen? Nein. Gut. Dann sind wir mal fertig. Dann danke ich dir fürs Kommen. Ich hoffe, du gibst mir eine Google Maps Bewertung. Machen wir. Und nach dem Regelzentrum. Ich sehe natürlich auch noch mal. Ja. Also in diesem Sinne. Tschüss. Danke schön. Tschau. 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 Tschau.